Da hinten kommt ein Rampolleiter. Ja, ich seh's. Und hier oben haut auch einer. Ist wieder diese BT5 solche, musst du aufpassen. Die sind schnell wie so. Schnell und ne gute Kanone, aber halten nix aus. Scheiße. Der räumt da ja richtig auf da oben. Ich schieße auf so einen offenen Truck zweimal, bekomme zwei kritische Treffer und er ist nicht tot und ich werde von einem geschossen. Ja. Wie gesagt, nimm das nicht persönlich, leide dich hier durch. Es wird besser. Was? Ja, ich bekomme aber, wenn ich nichts gekriegt bekomme, dann bekomme ich auch keine Punkte. Du hast schon ein... Eine Abschusshilfe. Boah, halt hier noch so neil. Ein Gebiet wurde von freundlichen Gruppen eingenommen. Da hat die Wüsten schätze ich mir keine Freude bis weg. Oh, muss noch irgendwo was. Oh, muss noch irgendwo was. Ja. So, den Push hier oben habe ich jetzt mal gestoppt. Wenn wir sie... Vier Kills hat er schon. Der Feind siegt! Der Feind siegt! Wunder angreifen! Nö! Ich würde ja hier gerne helfen mit... Von der anderen Flussseite einmal! Einer auf Fluss, Alter. Was ist das meine, was du da bist? So schlimm. So wie er war, also langsam macht es keinen Spaß mehr. Am Anfang haben wir so noch einen Fluss gefunden. Keine Frage, aber wenn ich jetzt einfach nur so wieder rausfahre und ich fahre nur auf dem Hügel davor und ich fahre eigentlich. Und es gibt ein Treffer und ich sterbe instant. Anscheinend weil die Leute am Tag immer wissen, wo sie hinschießen müssen. Klar, die spielen das bestimmt auch alle super länger. Also der Anfang hier ist echt hart. Kennst die Maps nicht und so weiter. Welche sind die, zumindest die Maps kennen, haben die schon einen enormen Vorteil gegenüber. Vollkreffer, nächstes Ziel. So, ich bin dann mal bei Kill 7. Acht. Wer hat gesessen? Fuhl zerspört. Sie muss schieben. Das Geschützladen. Wer nach Schieb? Wer nach Schieb? Na kommt, wir müssen den Feind näher zu setzen. Sie siegen. Augen auf die Karte! Das geschieht im Recht. Punkt A, angreifen! Getroffen! Granalsi! Granalsi! Grupp ihn! Da fehlt es eine Abschusshälfte. Oh, ja. Flieger, natürlich. Oh, ja. Flieger, natürlich. Oh, ja. Ich muss es anders nicht schaffen. Oh, ja. Oh, ja. Nö. Deinstallierst du wieder? Ich habe jetzt viel zu viel eingesetzt, um das Spiel überhaupt von Laufen zu bekommen. Es ist aber auch Tage, also abhängig, das wollte ich dir vorhin noch sagen. Also es gibt auch Tage, da sehe ich auch kein Land und da mache ich direkt nach der zweiten Runde aus. Keine Ahnung, was da für Spieler aus ihren Löchern gekrochen kommen, aber da kriege ich nur auf die Fresse. Und sowas wie hier eben gerade, dass die Russen derart schnell durch sind zu unserem Spawn am Anfang, das habe ich auch noch nicht gesehen. Punkt A, angreifen! Das machen die aber auch nur, wenn du selber nicht die Russen spielst. Sonst kriegen die gar nichts gemacht. Der Feind siegt! Gegenangriff! Sofort! Jetzt! Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen! Jetzt sind die Du vasst! Vielleicht etwas? Ich muss mich für dich ausgehen! Parlo, dass du noch nicht fliegerst! Spiegelpil, lass mich hinruhen. Ja, morgen gibt es ja wieder Warschips. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Wieder vom gleichen Typ über die Hälfte der Flussseite. Ja, das ist... Ja, das ist wenn die schon eingeschossen sind. Nein, ich habe einen Mutterschaden. Die Kanzler jetzt! Ja, die pushen schon wieder direkt... Ach, das ist... Ja, das ist die Kanzler. Ja, das ist die Kanzler. eine abschusshilfe acht panzer gekillt drei flieger abgeschossen 3400 fast 3500 basis xp